Also mir hat es sehr gefallen, dass da Aufgaben waren, wo ich halt zeichnen konnte, da ich das auch ziemlich mag und es hat auch Spaß gemacht, also in der Klasse zu zeichnen und war auch lustig mit den anderen Mitschülern. Es gab eine Aufgabe, wo ich halt meinen Sitznachbar gezeichnet habe. Eine Person oder so, die mich glücklich macht und wir haben uns gegenseitig gezeichnet gehabt und das war auch ziemlich lustig. Also zurzeit ist er nicht mehr mein Sitznachbar, aber damals war es halt lustig. Wir haben uns gut verstanden und deshalb habe ich ihn gezeichnet. Also glücklich machen natürlich, also macht mich meine Familie, meine Freunde, die Zeit, die ich mit denen verbringe und schöne Erinnerungen, finde ich auch sehr wichtig. Also wenn ich an schöne Erinnerungen denke, dann kommt meistens das Erste, was mir so einfällt, ist dann eher meine Kindheit, also wo ich halt ziemlich klein war oder vielleicht Urlaube mit meiner Familie, Zeiten mit meinen Freundinnen und Übernachtungsfeier, dies, das. Also positive Aufregung ist auch ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Das bleibt auch so als schöne Erinnerungen, finde ich. Also derzeit würde ich sagen, wenn ich Zeit mit meinen Freundinnen verbringe und ja, es ist halt auch schönes Wetter, dies, das und da kann man halt viele schöne Unternehmens mit den Freundinnen und das bleibt halt auch als schöne Atemmerung. Genießt einfach die Zeit, die ihr gerade habt, würde ich als Tipp geben. Vielen Dank.